Obachter M4 Handgriff Schalldämpfer Laser Visier Leuchtspurmunition Gott Volle Adidas Krieger Aha Cool Der Glan hat eine Granate in der Hand Ich bin gerade reingekommen Das erste was passiert Punkt hoch Ganz länger geht jetzt aber mal richtig steil Ganz länger, der hat Bock Der wollte es einfach nur wissen Echt jetzt schon verteidigen Das Spiel kann sich glaube ich auch nicht so ganz entscheiden, wann er die Leute zurück holt und wann nicht Bei dem letzten verteidigen, da werden alle noch machen Piu 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 Eyse open ok ich habe nur gesehen wie du gestorben bist ja aber ich habe nicht gesehen von wo also ich wusste also irgendwo vor mir sind ganz weit hinten ja ja flaschkrenade going out flaschkrenade going out from the flaschkrenade pew 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 ich lebe wieder ja 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 Oh, noch verteidigen. Oh, von hinten kommen wir auch noch an. Ich weiß nicht, dass es zwei Abgänge gibt. Ich hab keinen Bock mehr. Oh. Scha-bub-kabub. Oh. 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 Die fliehen voll und wir werden auch total geschossen. Scheiße, das ist bloß ein Engagement. Ja, wir sind Terror-Bubs. Terror-Bubies. Ich habe sie echt nicht mehr gekriegt. Da lag sie auf jeden Fall gut. Bugatti, Bugatti! Was? Bugatti, Bugatti? Jawohl. Hä? Wieso ist das jetzt so? Ich habe kurz was aufgehoben. Vorsicht, Gas am Eingang. Oh. 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 Umweltlos. Oh. Hecht! Go, cover! Ich hab ihm nur gesagt, er soll in Deckung gehen. Ja, nein, ich mein, ich war gerade weit weg von diesem Dings, von der Explosion und trotzdem hat es mich umgehauen. Die hatte gerade eine Panzerfaust. Meinst du, die wollte es wissen? Ja. So hab ich jetzt die Panzerfaust. Und ich hatte keine Panzerfaust ausbilden. Ah, ich bin blind, ich bin blind, ich weiß gar nicht, wo ich hinrenne. Echt, hattest du in deiner Dienstzeit keine Panzerfaustausbildung? Nein. Du hattest, glaub ich, echt nie Spaß in deiner Bundeswehrzeit, oder? Nein. Ja. Ja. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Okay, yes, I'll tell them. One second, one second. Okay, yes, I'll tell them. I will kill them. I'll kill them. They do their voices at home. Now, we're coming. Pew, 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 pew. Oh, hell. No, I'm stuck. Oh, I'm stuck. Oh, I'm stuck. ein schalldämpfer im mund ramm ich hab da noch ein bisschen mehr glück als verstanden wie immer im leben und da hat mich der granate erwischt jetzt fragen bist du schon tot mal schauen ob sie schießen da 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 sieg so dann mach ich jetzt aber ende was ich jetzt noch so erreicht habe und dann stufe 17 mistiger schwarzer schemer in dunkelrot was denn jetzt so so